Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Israel trauert am Jahrestag der Hamas-Terrorattacke. Am heutigen Montag, dem 7. Oktober 2024, gedenkt Israel der verheerenden Terrorattacke durch die Hamas, die vor einem Jahr zahlreiche Menschenleben forderte und das Land in eine tiefe Krise stürzte. In verschiedenen Städten, darunter auch Tel Aviv und Jerusalem, wurden Gedenkveranstaltungen abgehalten, bei denen das Land der Opfer gedachte. Die Anwesenheit von hochrangigen Politikern und Bürgern in den Gedenkfeiern unterstrich den gemeinsamen Willen, den Opfern Respekt zu zollen und die Solidarität in der Bevölkerung zu fördern. Berichten zufolge wurde in den Reden oft betont, dass der jüdische Staat nicht nur die Trauer um die verlorenen Leben trägt, sondern auch den ungebrochenen Geist, die Hoffnung auf Frieden und Sicherheit bewahrt. Die Trauer ist besonders greifbar, wenn man an die zahlreichen Familien denkt, die durch diese Attacke auseinandergerissen wurden. Ein Angehöriger eines Opfers äußerte sich emotional und beschrieb, wie schwer es ist, jeden Tag ohne seinen geliebten Menschen zu leben. Diese Stimmen der Trauer spiegeln den Schmerz einer ganzen Nation wider, die immer noch unter den Folgen des Angriffs leidet. Ein Überlebender des Angriffs berichtete, dass die Erinnerungen an die Tragödie ständige Begleiter sind. Viele Menschen, die den Übergriff miterlebt haben, kämpfen noch mit den psychologischen Nachwirkungen und suchen nach Wegen, die Schrecken des vergangenen Jahres zu verarbeiten. Unterstützungsangebote durch die Regierung und zahlreiche Organisationen sollen den Betroffenen helfen, ihre traumatischen Erlebnisse zu bewältigen. Die Gedenktage in Israel sind nicht nur Gelegenheiten des Erinnerns, sondern auch Momente der Reflexion über die eigene Sicherheit und die Zukunft des Landes. Politiker und Militärvertreter betonten während der Veranstaltungen die Notwendigkeit, auf Bedrohungen zu reagieren und die Verteidigungsmechanismen des Landes zu stärken. Es wurde darauf hingewiesen, dass dieser Jahrestag auch eine Mahnung sei, wachsam zu bleiben und die Sicherheit der Bürger stets im Auge zu behalten. Obwohl der Jahrestag mit Trauer und Schmerz verbunden ist, versuchte man auch, den Mut und die Entschlossenheit der israelischen Gesellschaft zu würdigen. Zahlreiche Teilnehmer der Gedenkfeiern bezeichneten diesen Tag als einen Moment, der nicht nur der Vergangenheit gilt, sondern auch den Weg für eine bessere Zukunft ebnen soll. Die gemeinsame Hoffnung auf Frieden bleibt ein zentraler Punkt im kollektiven Bewusstsein der Nation. Die Gedenkveranstaltungen werden in den kommenden Tagen fortgesetzt, während das Land sich weiterhin mit den Herausforderungen der Gegenwart und der Planung für die Zukunft beschäftigt. Autor Anita Farke, Montag, 7. Oktober 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.